Nice Mhm Krass Stellt euch mal vor der hätte jetzt doch die Wand gekriegt Hey ich hätte launchen sollen Ich vollidiot Aber die Rage House ist cool though Ich wollte low gain aber Ich wollte low gain aber Ja Okay Der macht einfach Sieht echt cool aus Ja Ja Alter der kriegt grad alles Schade, bro Viel besser als in Tekken 7 Wie der das hier sagt Uhhh Nice Lol Das war ein Reset FF3 Nice Nice Ja Da kann man nicht rein drücken Da musst du wirklich das Mixer fressen Krass Das war kein Knockdown Das war kein Knockdown Nichts Lieber Ja Krass hat grad noch so gereicht Und der hat schon gewartet Boah! Was? Schade, Bro. Ja, er hat reingedrückt. Das wollte ich gar nicht. Ich voll Idiot. Idiot. Raidshot kann man hier nicht mit Raidshot punishen. Wollte ich flexen und habe deswegen verloren. Volltrottel. Nimm dir das Spiel doch ernst, Alter. Du mal Angeber, Alter. So, wo war jetzt das Problem? Wo habe ich keinen Tailspin bekommen? Ähm... Das muss ich mir merken. Easy. Also... Ja, geht doch. Äh... Das habe ich im Neutral gemacht. Das habe ich im Neutral gemacht. Äh... Was noch? Was ist denn das, bitte? Das muss ich mir merken. Das ist ein Down-Forward-3-plus-4. Dann, dann, bam. Das ist voll gut. Brian. Das muss ich mir mal sehen. Den probier ich danach aus. Ja. Boah. Buh. Ja, natürlich zieht es nicht alles ab, so ein Schwachsinn. Was macht er, Alter? Das funktioniert aber noch. Amateur. Das kostet sein Leben, Alter. Na gut, er kämpft wenigstens. Zu langsam. Ja, funktioniert langsam. Nice sidewalk. Kill a trade. Buh! Was auch immer du da warst. Warum auch immer das kein Punish war. Tschüss die Range. Ich frage mich, ob das der gleiche Input ist. Alle. Boom. Der hat einfach echt gequittet. Kill a screenshot. Es ist erst die CNT und die Leute quitten schon. Was eine Mentalität, Bro. Was eine Mentalität. Was ist das? 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 Ja, das war irgendwie klar. Und ich fall trotzdem drauf rein. Alter Bro. Alter, der Soundtrack ist Bombe! Ja, ich bin ein Idiot. Der ist schon wieder verkackt. Boom! So nämlich! Boom, boom, boom! Hat der hier schon weg? Okay. Äh, wartet mal ganz kurz. Ja, 15 Minuten habe ich noch mit Holland, ungefähr. Ähm, mir fehlen Sachen. Mir fehlen Sachen. Mir fehlen Sachen. Kann man mal von diesem ganzen Scheiß hier weggehen? Naja, ich muss es. Wofür finden hier... ...dreizehnter Move, Alter? Ein bisschen Scheiße sortiert hier, dafür extra bereich machen sollen, anstatt das in der Move-Liste reinzumachen. Ja, das ist alles gleich. Ja. Drei, vier... ...drei, vier... ...drei, vier... Und das Down-Forward... ...ääh... ...drei, vier... ...und dann Down-Forward, drei, vier... ...und dann Down-Forward, drei, vier... ...und dann Down-Forward, drei, vier auch noch... ...Down-34 sowieso... ...und dann, was ist das? Ja, reicht... ...ja, reicht... ...ja, vielleicht... ...ab drei plus vier... ...das hier sogar Delayed Hopkicks in die Move-List reinmachen... Die lehnt sogar Kitsch... Alter, Bro. Was? Sharkstep. Das ist kein Sharkstep, das ist ein Wavetap. Waisstelding, zwei, drei, ja. Nein, kein Fan. Ja, sidestep drei, drei, sidestep vier. Die sidestep-moves. Sidestep drei, drei, sidestep vier. Das interessiert mich alles nicht. Sidestep drei, drei, sidestep vier. Und dann die down-forwards ungefähr. Alter, Bro, wie viele Moves hat der Laden? Also, seine throws forward. Zwei plus drei. Up forward one plus two, das ist gut. Das ist gut, up forward one plus two. Das ist jetzt up back drei, okay. Macht mehr Sinn. Up forward one plus two, aber das heißt, man kann mixen. Man kann mixen, oder? Weil wenn ich hier den normalen throw mache, dann kommt der two throw raus. Und wenn ich jetzt in der Sitz aber up forward one plus nine, kann man nicht mixen, okay. Sidestep drei, drei, sidestep vier. Down forward drei, vier. Down forward drei plus vier. Bacon loving. Habe ich das richtig gelesen? Boah, Tekken-Tek eins schiebt. Geil. Ja, ja. Ja, ja. Hm, hm, hm. Hoffnung. Ja, direkt vor der Nase, ey. Was auch immer tut am Arsch. Was auch immer tut am Arsch. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hier, aus erster Szenz. Boo. 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 Ja, reicht. Was? Wie? Was? Alter. So eingeschwätzt. Ja, okay. Und jetzt? Mix up. Ja, das war klar, das Sitz. Ja, verwandelst du das? Nein, tust du nicht. Alter, die Oki von dem Throw ist ja perwärts. Also die Oki Position. Nice. Ja, ich drücke immer richtig rein. Ja, sag ich doch. Ich drücke immer richtig rein. Ja, vollidiot. Ja, renn doch rein. Hey, ich hab doch gedrückt. Hä? Okay. Alter. 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 So geht es nämlich. Hm, 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 hm. Hm. Genau so. Ja, verwandel er nicht. Was ist da passiert? Buh, 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 Buh. Leute, wir haben beide auf dem gleichen Rang Rank Up. Hier, ich kann es auch so normalen Stands und jetzt. So, nämlich, äh, forward 1 plus 2 habe ich vergessen. Gut, dass du mir gezeigt hast, combatant, was auch immer das heißt. Also, down forward, äh, ähm, der hier und forward 1 plus 2. Get ready for the next battle. Noch mal in Brian. Hoffnung. Hey, ich bin doch gesteppt. Gott, drück dir gern. Ja, du kriegst da kein Counter-Hit-Launch mehr, Bro. Ich vollidiot. Ja, drück halt rein, Bro. Was auch immer du da vorhast. Alter, ekelhaft. F4. Nice. Du musst 4-3 machen. Was auch immer das gerade war. Schade, ich dachte, er drückt einfach rein. Booh. 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 Ja, jetzt verwandelt. Ja. Einfach. Boah, ich habe gerade voll den Schreck bekommen, weil ich dachte, wo kommt dieses Geräusch? Ich habe noch fünf Minuten mit Torlangen. Drück was. Ja, renn halt nach vorne. Und nice, gut. Haben die das jetzt einfach gemacht? Ich will doch eine Just Frame, Bro. Ich will doch eine Just Frame, Bro. Drück halt rein, Alter. Hätt ich einfach nur blocken müssen. Schade. Schade, Bro. Okay. Ja, ich habe nur noch drei Minuten mit Torlangen. Das macht so keinen Sinn. Ich beende das jetzt mit dem und mache jetzt Brine als nächstes. Oder wir gucken uns die Move-Liste an, dann ist die Stunde auch voll. Die Beispiel-Kompos könnt ihr knicken, Alter. So 13. Das haben wir gesehen. Wir haben die Move-Liste eigentlich schon gesehen. Also, ich glaube aber immer noch... Kann ich das mit Heat irgendwie... Ich probiere es einfach mal mit einem normalen Heat-Engager. Tja. Na, komm schon. Nein, dafür haben wir... Jetzt kriege ich es wegen Vorführ-Effekt-Shit nicht hin. Alter, Bro. So war es ungefähr. Für ein bisschen mehr Damage. Nein. Ich bin da zu langsam. Ja, das war zu spät. Jetzt kommen die alle auf einmal, Alter. Hier, für 72 Damage. Kein Sinn. Ja, wie gesagt, damit bände ich das Video. Wir sehen uns dann gleich bei Brian. Kann man eigentlich... Das muss ich noch mal testen. Das muss ich noch mal testen.